Tor, Kampfs und Fitness. Also, es macht stark, es macht schnell, es macht süchtig und es macht Spaß. Es ist einfach nur cool. Es macht einfach Spaß zum Zuschauen. Ja, das lässt sich. Es ist super, es macht sehr viel Spaß. Man lernt viel, auch fürs Leben. Motivation, wie man sich mit anderen Leuten Respekt verschafft. Ja, es ist einfach spitze und ich bin froh, dass es Tor, Kampfs und Fitness gibt. Also, ich muss sagen, Tor, Kampfs und Fitness ist spitze. Also, auch ich und ein Großteil von meiner Familie findet das super. Tor, Kampfs und Fitness finde ich sehr super. Es ist für uns ein Großen, genau das Richtige, das ist das Zehn. So eine Mannschaft für Fussball wäre mit Seins und hier, wo er eben mit einem Partner zusammen das alles machen kann, das ist genau das Richtige. Sie sind schneller, sie sind beweglicher, es macht sehr viel Spaß zu spielen. Sie fühlen sich auch besser in die Gemeinschaft rein. Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Er ist ruhiger geworden und ja, er hat einfach sehr viel Spaß im Sport und macht ihm eh viel Spaß drauf. Sie sind mutiger, sie sind fitter, sie sind selbstbewusster, also sie sind ganz anders, sie gehen auch mit anderen Kindern perfekt um und dieses Miteinander ist wirklich toll. Also, ich muss sagen, dass mein Burs einiges sportlicher geworden ist. Er war eigentlich so ein Stubenhocker, was viel gerne nach Hause auf der Couch stehen ist. Und jetzt dadurch, dass er das Kampfsport gemacht hat, ist er sehr sportlich geworden und auch viel disziplinierter und auch der Umgang mit Kindern, also die lernen das echt toll. Er ist jetzt ungefähr ein Jahr dabei und es macht ihm sehr viel Spaß. Er ist fitter geworden und er hat auch gelernt, er hat sehr Kraft, seine Impulse besser zu lenken und ich würde auch sagen, dass er zu kleineren, er ist mehr als Beschützer geworden. Das ist super.